Yo, servus Leute, ich bin wieder b-b-b-b-b-b-b-b-back am Start für euch und heute mit Part 3 vom FAQ. Das wird das letzte sein, werde ich schon mal sagen, eigentlich am Anfang und ich würde sagen, wir starten, let's go. Sorry, Freakt, wann machst du wieder eine Real-Life-Story? Ja, die Real-Life-Story, ich habe ja schon ewig keine mehr gebracht, die werden auf jeden Fall demnächst kommen, wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, mal schauen, auf jeden Fall werde ich eine richtig geile raushauen, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, klar, natürlich können wir zusammen zocken, also jeder, der mit mir mal zocken will, kann natürlich mit mir zocken, wobei ich zu dem Thema jetzt bei der nächsten Frage genauer drauf eingehen werde. KajanTV fragt, hast du Instagram und geiler Handstand? Also ich werde jetzt, da mich viele gefragt haben, ob ich Instagram habe, ich werde jetzt unter jedes Video in der Infobox meinen Instagram-Account verlinken, so dass jeder mich anschreiben kann, was, whatever, ich werde jetzt auf jeden Fall in Instagram viel aktiver werden, ich war früher fast gar nicht aktiv und jetzt werde ich, da ich mit YouTube jetzt ein bisschen größer werde, habe ich gedacht, werde ich bei Instagram auch ein bisschen aktiver und jeder, der halt wissen will, wann das nächste Video kommt oder wissen will, wie es ausschaut bei mir zurzeit, folgt mir auf Instagram und ihr werdet dann auf den neuesten Stand gehalten. GamerLP23 fragt, kannst du mir helfen, höher zu kommen? Ja, zu dieser Frage, da haben mich auch schon richtig viele gefragt. Ich werde demnächst, wenn ich noch ein bisschen mehr Obers habe, werde ich für jeden ein Video raushauen und da werde ich dann aber genauer in dem Video erklären, wie ich euch pushen werde. Ich pushe nicht einfach jeden, also der muss schon ein bisschen was tun dafür, ich werde dann auf jeden Fall bei dem nächsten Video dann das alles ankündigen, bin natürlich, jetzt auch nicht groß, habe jetzt gerade mal 1000 Abos, aber es gibt natürlich noch Leute, die haben 50 oder so, für die ist es natürlich hilfreich, die bekommen dann ein bisschen Support von mir und natürlich die Anforderungen, was ich da dann stellen werde, müsst ihr dann natürlich in dem Video dann anschauen. Es wird auch demnächst kommen, ich denke so in einer Woche oder vielleicht auch, nee, diese Woche noch nicht, aber nächste Woche dann oder übernächst mal schauen. Ja, was ich besonders gut kann, ich denke, ich kann richtig viele Leute zum Lachen bringen, also das kann ich schon mal richtig gut, das kann ich schon mal sagen, also ich bin schon so ein behinderter Typ, die Leute, die ich kenne, wissen, dass ich übelst gestört drauf bin und ja, was kann ich nicht so gut, was kann ich nicht so gut, ich denke mal so speziell, wenn jetzt zum Beispiel jemand mir was sagt, mach das, mach das, ich höre dem erst gar nicht richtig zu, also sagen wir es so, ich kann die Sachen, die einer zu mir sagt, nicht so gut umsetzen, vor allen Dingen beim Arbeiten, also ich verstehe jetzt nicht gleich so Sachen und so, also das sind die Schwächte bei mir. Ja, Mischa Hauser fragt, zockst du als alleine oder hast du einen eigenen Clan? Ja, erstmal grüße an dich, Hausi. Ja, ich zocke natürlich in einem Clan, ich kann erst schon mal Grüße raushauen, also die Grüße gehen an meinen Clan, Hausi, Simon, Jan, Adex, Jedli, Selim, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ihr seid die Besten, vor allen Dingen möchte ich ein Dankeschön sagen an jeden Einzelnen von euch, dass wir die 1000 Abos geschafft haben, ich schwöre es, ich liebe euch alle, besonders an die Leute, die jedes Video kommentieren, sagen wie geil die Videos sind und so, ohne Scheiß, ohne euch, würde ich niemals noch Videos machen, ich hatte auch, ich glaube, drei Wochen Inaktivität oder vier Wochen noch länger und dann Selim, Grüße an dich, Selim und Jedli, er hat mich wieder motiviert, ja, wann kommt nächstes Video, wann kommt nächstes Feiertichs und so, ohne Scheiß, ihr seid echt korrekt, ihr zwei, Grüße an euch beide, ohne Scheiß, ich weiß, ihr werdet das Video anschauen und an alle anderen da draußen, danke, danke für die 1000, sei es, wenn ihr nur ein Video von mir geliked habt oder kommentiert, was immer, ich danke euch echt, ihr seid einfach die Besten. Ja, das war es erstmal mit FAQ Part 3, ich denke, vierter Part wird nicht mehr kommen, dafür sind zu wenig Fragen da, falls mal wieder ein FAQ kommen sollte oder so, werde ich es natürlich ansagen in dem Video und auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, je nachdem, ja, bleibt auf jeden Fall safe am Start, ihr fragt euch wahrscheinlich nur, warum Mütze, warum Schal, das liegt daran, ich bin erkältet, ich hoffe, man hat es nicht so im Video gemerkt, bleibt auf jeden Fall so, wie ihr seid, ihr seid die Besten, haut rein, ciao, tschuuh.